Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich hatte euch ja schon den Nerdblog vorgestellt, die Junior Edition für Mädchen. Das Spielzeug war aus dem Nerdblog. Es ist aus der Fernsehserie Wildcats. In Deutschland heißt die Serie, glaube ich, Go Wild Mission Wildnis. Vielleicht kennen einige von euch diese Serie. Hier hergestellt wurde das Spielzeug von Wicked Cool und ist geeignet für Kinder ab drei Jahren. In der Serie geht es um zwei Brüder und die sind fasziniert von der Tierwelt und wollen, deswegen haben sie diesen Anzug hier an, mit Hilfe dieses Anzugs die Eigenschaften von Tieren sozusagen nachempfinden. Also mit diesem Anzug können sie dann sozusagen die Eigenschaften von dem Tier übernehmen und dann sind sie selber so schnell wie halt dieser Gepard beispielsweise. Der Anzug heißt Wild Power Anzug. Klingt auf jeden Fall richtig interessant. Wir packen es jetzt einfach mal aus. Hier eine der Brüder, der hat jetzt diesen Wild Power Anzug an und hat auch so ein paar Gepardenflecken. Er kann auch stehen. So, dann haben wir hier unsere Gepardenfigur, die sozusagen herhalten musste, damit unser Held hier mit dem Wild Power Anzug die Fähigkeiten übernehmen kann. und das hier scheint so eine Art Münze zu sein. Da bin ich mir gar nicht sicher, was es ist. Ist aber auf jeden Fall auch ein Gepard drauf. Vielleicht braucht man diese Münze, um sozusagen die Fähigkeiten zu behalten. Da bin ich mir nicht sicher. Vielleicht habt ihr eine Idee, was diese Münze hier zu bedeuten hat. Ihr kennt euch bestimmt besser aus in der Serie als ich. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Also wir haben diese beiden Figuren hier, wobei der Mensch sozusagen die Fähigkeiten von dem Geparden übernommen hat. Und dann haben wir noch diese fragwürdige Münze. Also schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare, was diese Münze hier zu bedeuten hat. in der Serie Go Wild Mission Wildnis. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Gebt mir doch einen Daumen hoch, hinterlasst mir einen netten Kommentar und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Tschüss!